Guten Tag, Herr Weinhardt. Mein Name ist Lang. Ich habe eine Nachricht von Herrn Hamann bekommen, dass ich am Mittwoch zu Ihnen kommen soll. Guten Tag, Herr Lang. Einen Moment bitte. Ja, genau. Hier steht der Termin. Am Mittwoch um 14.30 Uhr. Deswegen rufe ich an. Ich habe da ein Problem. Ich arbeite bis 15.30 Uhr. Ich kann also frühestens um 16.00 Uhr in der Bank sein. Ah, das sieht schlecht aus. Am Mittwoch habe ich bereits einen anderen Termin um 16.00 Uhr. Geht es vielleicht am Donnerstag um 16.30 Uhr? Ja, das geht. Also Donnerstag, den 24. Mai um 16.30 Uhr. Und wo finde ich Sie genau? Sie finden mich in der Filiale in der Beethovengasse 104. Im zweiten Stock. Im Zimmer 27. Gut. Und muss ich etwas mitbringen? Ja, bitte bringen Sie Ihren Reisepass mit. Ja, das mache ich. Bis übermorgen dann. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.